Mein Name ist Stefan Gysi. Ich arbeite auf dem Eichhof, ein Biobetrieb bei Aberg. Ich bin hier zuständig für die landwirtschaftliche Innovation. Das heisst konkret, ich teste neue Pflanzen, welche in der Schweiz angebaut werden können. Ich trete mit den Züchtern in Kontakt, organisiere das Saatgut und versuche dann, dieses Saatgut hier im Testgarten auszusäen und diese Tests zu betreuen. In meiner ersten Ausbildung habe ich Biologie studiert an der Universität in Zürich. Ich habe dann ein paar Jahre in der Pharmabranche gearbeitet, habe mich aber immer für die nachhaltige Lebensmittelproduktion interessiert und mich deshalb dann entschieden, noch ein weiteres Studium an der ZHW in Wädenswil zu absolvieren. Das Angebot war für mich das Beste, um einen Quereinstieg in der Landwirtschaft zu machen. Die Kurse bieten die Möglichkeit, einen breiten Überblick zu Nachhaltigkeitsthemen zu erhalten und dann kann man sich mit Semesterarbeiten und mit der Masterarbeit auf ein konkretes Thema fokussieren. In meiner Masterarbeit habe ich versucht, neue Kulturen zu identifizieren für die Schweizer Landwirtschaft und die Erdnüsse waren das Resultat. Besonders gut gefallen hat mir die internationale Summer School. Es war sehr interessant, sich mit Studenten aus der ganzen Welt auszutauschen und ihre Sichtweise zu Nachhaltigkeitsthemen zu hören. Ich empfehle das Studium allen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Dadurch, dass man aus verschiedenen Fachrichtungen auswählen kann, hat es für jeden das Richtige dabei.